Sehr gut, da fliegen noch mehr. Da kommt noch einer, hier. Ja, und da... Da, dahinter dir. Da hat die schon im Ganzen gesagt, das ist schon öfters mal passiert. Ja, super. Bei anderen Leuten. Es scheinen so neue Hüftgelenke irgendwie... Wie soll ich sagen? Dass die nicht so stabil sind wie... Ah ne, es kommt Geld. Kommt Geld. So. Ich versuche zu dir zu kommen. Da sind sie. Ja. Oh, hat er mit. Sorry, der und der zwei Zimmer waren. Nee, nee, hat jetzt noch mal Leben gehabt. Ja, den haben wir. Ja, und? Niedliche Viecher kann man nicht copyright schützen. Ja. Wenn das möglich wäre, hätte das Nintendo schon nichts gemacht. Denn Nintendo ist nicht zifferlich. Ja, ich hab auch einen. Da kommt der Nächste. Hammer auch, Entschuldigung. Alles gut. Wo sind halt die richtigen Sachen aus? Ganz Sinn. Glaubt's mir. Gezweifelt gar nicht. Aber... Ich weiß halt, das ist... Gegner kommt! Ja, wo denn? Wo denn? Hätte ich niemals gespielt. Äh... Sie sind hier? Äh... Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das früher oder später... im Epic-Geschenke-Woche mit drin ist. Ach komm, ich hab mich mal zuvor. Einer One-Shot. Ach, was war das denn? Hier habe ich 10 Leben. Na ja, hast du Glück und Bauen spielen. So, Runde ist fertig. Können wir nicht mit Bauen spielen? Nein! Das kriegt man nicht nur... Ja, aber... Nicht aufregen. Der Caleb will ja auch mitspielen, der spielt ja auch lieber ohne Bauen, oder? Vorzugsweise, ja.